Die wichtigsten Fragen im Vertrieb heute. Wie kann ich als Verkäufer Social Media professionell nutzen? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Privat nutzen Sie vermutlich bereits soziale Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter, um Inhalte zu posten, sich zu informieren oder Kontakte zu pflegen. Aber wie sieht es mit Social Media aus, wenn es um die Arbeit im Vertrieb geht? Wer sich klar macht, dass die verschiedenen Plattformen schon lange mehr Zwecke erfüllen, als bloß zu unterhalten, der kann bei Akquise und Kundenpflege ganz neue Wege gehen. Warum Social Media Akquise und Kundenpflege ein gutes Team sind. Ob im Geschäft mit Endkunden oder im B2B. Als Vertriebsexperte verhandeln und verkaufen Sie am Ende mit und an einem echten Menschen. Und diese Menschen sind in verschiedenen sozialen Netzwerken unterwegs, sei es privat oder im Auftrag Ihres Arbeitgebers. Netzwerken und Vitamin B, die jahrzehntelang beim Offline-Akquirieren wichtig waren, finden also heute Ihre Fortführung im Netz. Wenn Sie beispielsweise einen potenziellen Kunden auf einem Event kennenlernen, können Sie einfacher denn je in Kontakt bleiben, ohne eine aufdringliche Mail schreiben zu müssen. Und auch für die Beziehung zu Bestandskunden und um diese zu verbessern, bietet Social Media zahlreiche Möglichkeiten. Wichtig ist dabei, nicht das Gießkannenprinzip anzuwenden und wie wild Inhalte quer über alle Netzwerke zu verschicken, die Ihnen online über den Weg laufen. Um als Verkäufer mit Social Media Erfolge zu erzielen, ist etwas Strategie und Vorbereitung erforderlich. Der erste Schritt, die richtige Plattform finden. Als allererste stellt sich die Frage nach den passenden Netzwerken. Je nach Art der angebotenen Produkte und Dienstleistungen und je nach Zielgruppe sind manche Kanäle besser geeignet als andere und können einfacher genutzt werden, um die Verkaufsbilanz langfristig aufzubessern. Unternehmensprofile bei Facebook und Instagram gehören für die meisten Firmen inzwischen zur Standardausrüstung der Social Media Strategie. Fragen Sie im Marketing oder in der PR-Abteilung nach, ob der Sales-Bereich diese Profile mitbenutzen darf. Die Synergien, die dadurch entstehen können, sind nicht zu unterschätzen. Sie als Selbstständiger könnten nochmal ganz anders herangehen. Sie können sich entsprechende Profile eigenständig anlegen und so Ihre Online-Präsenz erweitern. Auf Facebook, auf LinkedIn und auf all diesen Profilen lassen Sie sich einfach Links, Infografiken oder ähnliche Dinge teilen, während Instagram dann eine gute Wahl ist, wenn aufmerksamkeitsstarke Bilder vorhanden sind oder eine besonders engagierte Followerschaft zu erwarten ist. Instagram und Facebook werden vor allem von Privatpersonen genutzt, sodass sie dort vor allem für das B2C-Geschäft wichtig sind. Für berufliche Zwecke kaum verzichtbar sind die beiden Netzwerke Xing, primär für den deutschsprachigen Raum und LinkedIn für Deutschland und international. Profile von Unternehmen und den damit verknüpften Mitarbeitern geben Ihnen mit wenigen Klicks einen Überblick über die Zielgruppe, potenzielle Ansprechpartner und mehr. In Gruppen und Foren können Sie sich zudem austauschen und im Idealfall mit Expertenwissen positiv auffallen. Vielleicht kommt der ein oder andere Interessent dann ganz von alleine auf Sie zu. Verkaufen steht nicht im Vordergrund. Für Herzblutverkäufer scheint das ein absoluter Widerspruch zum Arbeitsalltag zu sein. Doch auch Social Media steht nicht der direkte Verkauf an den Kunden im Fokus. Das Social in Social Media sollte niemals aus den Augen verloren werden. Plumpe Verkaufspostings, marktschreierische Angebote oder ähnliche Aktionen wirken hier eher deplatziert und schrecken im schlimmsten Fall Interessenten ab. Direkte Werbung sollte man sich für Werbeanzeigen aufheben. Hinweise auf bestimmte Angebote sind kein Problem. Sie sollten aber immer den Stil und die Tonalität der Plattform treffen. Wer soziale Netzwerke als kostenloses Anzeigenblatten missbraucht, der verschenkt kostbares Potenzial. Die vier Aufgaben von Social Media für Verkäufer. Grob lassen sich die Vorteile, die eine korrekte Nutzung von Social Media Netzwerken für Verkäufer haben, in vier Kategorien aufteilen. 1. Kundenpflege Postings mit Mehrwert für Ihre Zielgruppe sorgen dafür, dass Sie bei Ihren Bestandskunden nicht in Erinnerung bleiben, sondern immer wieder einen neuen, guten Eindruck hinterlassen und sozusagen den Zweck für Ihre Verbundenheit unterstreichen. So steigt die Chance auf Folgeaufträge und Empfehlungen. 2. Neukundenakquise Gradixing und LinkedIn sind dafür geeignet, potenzielle Kunden aufzuspüren und direkt zu kontaktieren. Je besser Sie Ihre Zielgruppe kennen, je erfolgreicher die Suche. Mit den richtigen Suchbegriffen können Sie in kurzer Zeit zahlreiche Ansprechpartner ermitteln und diese als Kontakte hinzufügen. Anders als bei Mails oder bei Kaltakquise anrufen, gehört eine nette Nachricht hier also quasi zum guten Ton. Sie können sich also und Ihre Angebotspalette ohne Umwege präsentieren. Mit einem gut gepflegten Profil und den passenden Stichwörtern können im Gegenzug auch Ihre Kunden Sie einfach finden und kennenlernen. 3. Offline-Kontakte abbilden Auch Kunden und andere Geschäftskontakte, die Sie in der realen Welt kennengelernt haben, sollten Sie nach Möglichkeit zu Ihren sozialen Netzwerken hinzufügen. Ihr Geschäft ist schließlich auch ein großes Ganzes. Wieso sollten Sie also Ihre Kontakte in zwei Klassen sortieren? Dieses Vorgehen hat zwei Vorteile. 1. Sie erleichtern zufriedenen Kunden das Weiterleiten Ihrer Kontaktdaten auch an Interessenten. Und andererseits können Sie selbst in den Kontakten Ihrer Kunden und Partner stöbern und so vielleicht neue Leads auffindig machen. 4. Kundeninformation Sie haben Kontakt zu einem potenziellen Kunden aufgenommen und einen Termin vor Ort bekommen. Als erfahrene Verkäufer wissen Sie genau, wie wichtig jetzt die richtige Vorbereitung auf das Gespräch ist. Und Social Media nimmt Ihnen dabei einen Großteil der Arbeit ab. Checken Sie das Profil Ihres Gesprächspartners und suchen Sie Informationen, die Ihnen auf persönlicher oder geschäftlicher Ebene helfen können. Haben Sie vielleicht die gleichen Hobbys oder sind auf die gleiche Hochschule gegangen? Hat Ihr Gesprächspartner vorher bei einem direkten Konkurrenten seines jetzigen Arbeitgebers gearbeitet? Oder kommt er aus einer komplett anderen Branche? Unabhängig davon, was Sie bei Ihrer Online-Recherche erfahren, können Sie Ihre Gesprächsstrategie anpassen und Ihre Erfolgschancen steigern. 5. Social Media und Teamarbeit Wenn Sie mit mehreren Verkäufern als Team zusammenarbeiten, ist ein einheitliches Vorgehen im Social Media-Bereich unablässig. Schließlich fällt das Verhalten eines Einzelnen auf die ganze Abteilung oder sogar das ganze Unternehmen zurück. Social Media Guidelines helfen dabei, Fehler in der Kommunikation zu vermeiden und ein bestmögliches Gesamtbild abzugeben. Dazu gehört zum Beispiel Regeln zur Kommunikation in der Öffentlichkeit im Rahmen der Corporate Identity, Ansprache, Worte, die verwendet werden, Worte, die nicht verwendet werden, etc. Regelungen zur Social-Media-Nutzung am Arbeitsplatz Leitfäden für das Erstellen von Postings, also Formate, Dateitypen, Länge, Bilder, Bildhintergründe, etc. Richtlinien für die Krisenkommunikation. Was tun wir, wenn wir einen Shitstorm auslösen? Rechtliche Bestimmungen, Datenschutz, Geheimhaltungspflichten, etc. All diese Dinge sollten schriftlich festgehalten und in regelmäßigen Schulungen oder Meetings eingeübt und besprochen werden. Dann steht der erfolgreichen Social-Media-Nutzung auch in einem größeren Team nichts mehr im Wege. Social-Selling professionell umsetzen Xing und LinkedIn bieten bei professioneller Nutzung viele Möglichkeiten, um neue Geschäftskontakte zu finden. In beiden Fällen ist dazu eine kostenpflichtige Mitgliedschaft nötig, die sich jedoch sehr schnell auszahlen kann. Besonders attraktiv sind hierbei die Suchfunktionen nach Berufsbezeichnung, Branche, Karrierestufe, Unternehmensgröße, Region, Dauer der Betriebszuhörigkeit und viele mehr. Mit ein wenig Einarbeitung können Sie so ganz einfach Listen mit potenziellen Gesprächspartnern für die Gesprächsanbahnung entwickeln. Die plumpe Ansprache nach dem Motto Ich habe ein X, willst du es kaufen? ist natürlich verpönt. Aber wie wäre es mit einem schriftlichen Gesprächseinstieg nach diesem Muster? Sehr geehrte Frau Nahme, zurzeit führen wir viele Gespräche mit Jobbezeichnung zum Thema Nutzenbeschreibung. Da würde mich mal Ihre Meinung interessieren. Wenn Sie diese Kontaktanfrage annehmen, lade ich Sie gerne zu einem kostenlosen Telefonat ein. Ich freue mich darauf, Sie und Ihre Sichtweise kennenzulernen. Klar, Sie ersetzen die Platzhalter Jobbezeichnung und Nutzenbeschreibung mit der jeweiligen Jobbezeichnung der Zielperson und die Nutzenbeschreibung mit Ihrem wichtigsten Nutzenargument. Wenn Sie sich vornehmen, täglich an zehn interessante Kontakte so einen Text bei Kontaktanfrage in Xing oder LinkedIn zu senden, dann werden Sie selbstverständlich nicht auf alle zehn Nachrichten eine Antwort bekommen. Aber Sie können sich darauf einstellen, dass Sie bei regelmäßiger und konsequenter Umsetzung dieser Methode nach und nach neue Gesprächspartner finden werden, die an Ihrem Thema interessiert sind. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und wir versorgen Sie mit allen relevanten Informationen rund um den Podcast. Sie haben gerade nichts zu schreiben und wollen dennoch in Kontakt bleiben? Dann rufen Sie doch bitte die Podcast-Sprachbox an. unter der deutschen Nummer 0651-360-89101. Ich wiederhole das. 0651-360-89101. Und dann kümmern wir uns um Ihre Frage. Gerne auch Themenwünsche zum Podcast. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bei iTunes.